Ja, vor allem, der eine Typ hat immer einen HP... Alter, ich scherbe sofort wirklich jetzt ran die ganze Zeit, was ist denn da los? Das ist doch nicht mal extra. Die Olle ist immer nach einem HP, ist die direkt schon kaputt? Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Brawl Stars mit mir, dem Fred. Und heute ist wieder dabei der Matthias. Mit mir, dem Matthias. Mit mir, dem Matthias. Und heute machen wir drei Arten von Brawl Stars Spielern. Das hatte ich schon mal gemacht. Und heute wollen wir das nochmal machen, denn heute ist ja Matthias mit dabei. Das bedeutet, es könnte besonders lustig werden. Beim Brawl Pass bin ich mittlerweile bei Stufe 49 von 60. Also, ja, sieht ganz gut aus, dass ich das noch hinbekomme. Fünf Tage noch Zeit. Das wird passen. Ich muss allerdings jetzt in der ersten Runde nehmen wir erstmal Penny, weil ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen muss. Die gute Penny. Das sieht gut aus. Also, da würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mal langsam an. Und zwar der erste, den wir jetzt machen, ist der... Darf ich ihn den Matthias nennen? Also, das ist so der Schlendrier. Dem ist jetzt erstmal alles egal. Dem ist es egal, was jetzt passiert. Was soll das denn heißen? Ach, ist ja nun ein Spiel. Doch, guck mal, da unten ist ein Gegner. Mach mal ein bisschen Schaden, ja. Gleich treffe ich ja. Ach, wenn nicht, ist auch egal. In dem Spiel bin ich eigentlich immer eher so, die Scheiße funktioniert nicht. Und es geht auch umsacken. Ja, es funktioniert hier gar nichts. Aber ist auch egal. Ich mache den da oben jetzt mal eben kaputt. Ich habe ihn nicht getroffen. Ist aber auch egal. Da ist noch ein Primo. Ja. Ja, ich verliere jetzt gleich mal meine Leben. Es ist verkackt. Ja, super. Hast du ein bisschen Glück gehabt und ihn mal eben erledigt? Fünf Teams noch am Leben. Ich dachte, da vorne ist Stinkefinger. Aber der heißt Linke Tiger. Ja, warte mal eben. Lass uns mal eben gucken. Da ist nämlich noch was. Ach, ich habe ihn verfehlt. Ich bin dumm. Da ist gerade einer wieder gespawnt. Achtung, links ist ein Primo. Hallo. Warum funktioniert das nicht? Da war ich eine Rakete hin. Eine beziehungsweise eine Kanone hin. Da oben sind drei Leute. Hallo, warum treffe ich die nicht? Ist auch egal. Ja. Verfolgte die? Warum geht denn hier so die Party ab? Du musst da gucken. Du bist gleich kaputt da unten. Ja, ich merke das. Aber ich bin hier von diesen roten Dingern wieder getroffen worden. Oh, 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 oh. Ja, toll, da kam der. Ist ja egal. Ob du jetzt da bist oder nicht. Das ist mir so was von. Ob du hier bist und nicht. Das ist mir so was von egal. Ich laufe jetzt einfach mal hier rum. Vielleicht bringe ich mich selber um hier drin. Nein, mach ich nicht, aber. Es ist ja jetzt eh Showdown, also. Nicht da rein. Da kommt Achtung. Na ja. Nicht da reinlaufen. Also mal, ich hau dir mal die Kanone vor die Fresse. Ich liege die gar nicht gepaart. Nicht ansatzweise. Scheiße. Du auch nicht. Das musste ja passieren, dass wir jetzt hier verlieren. Das musste ja so kommen. So, Platz zwei. Immerhin. Das war ja schon mal nicht schlecht. Habe ich jetzt was abgeschlossen von der Quest? Ja, es hat auf jeden Fall gezählt, ne? Ja. Gewinne sechs. Oh, gewinne sechs Matches im Modus. Äh, Duo Showdown. Ähm. Siege 40 gehe ich dann mit Penny. Okay, das ist natürlich für die Quest. Für den Spielmodus ist das natürlich Mist. Weil du ja nur ein paar Gegner hast. Würde ich mal sagen, dann machen wir auf jeden Fall mal eine andere rein. Wir haben ja jetzt noch den... Wollen wir mal den Experten machen. Bevor wir gleich noch zu dem Rager kommen. Zu dem, der sich aufregt einfach. Äh, jetzt muss ich eben gucken. Was haben wir überhaupt noch offen hier? Wir haben noch... Oh, Dynamike haben wir noch fertig. Ähm, musst du gleich drauf achten bei Juwelenjagd. Da fährt so eine Eisenbahn rum. Und da darfst du nicht reinlaufen. Ja, das weiß ich. Da darfst du auf keinen Fall reinlaufen. So, Runde Nummer zwei. Und jetzt sind wir der Experte. Ich habe extra nochmal Dynamike umgeswitcht. Weil ich dachte, das ist jetzt ein bisschen besser. Weil wir natürlich Ahnung haben, die wir ja nicht haben. Und jetzt genau... Dann brauche ich mich ja gar nicht verstellen. Das ist ja perfekt. Dass wir jetzt hier uns auf jeden Fall... Dass ich zweimal 960 Schaden austeile. Und dass diese Bahn immer alle 8,02356 Sekunden kommt. Und dass ich jetzt die Riesenkanne oder die Riesenbombe da oben drauf schreue. So, nicht in die Bahn reinlaufen natürlich. So, Paula läuft schon mal vor. Wir werfen da schon mal ein bisschen Dynamit hinterher. Und jetzt kommt das große Dynamit. Aber er geht nicht kaputt. Hast du wieder zu scharf gegessen? Aber er geht nicht kaputt. Noch nicht. Aber gleich. Ich habe ihn. Ich habe ihn natürlich. Oh, wir holen mal meine Dinger da in der Mitte ab. Ja, danke, danke, danke. Jetzt kann ich natürlich genau die Reichweite hier locker ausspielen. Ich weiß natürlich genau, dass das 7,516 Felder Reichweite hat. Ist ja logisch. Da kam die Bahn wieder, ne? War schon wieder die elfte Sekunde um, Matthias. Hast du aufgepasst? Nicht da reinlaufen. Ja, Matthias. Das war doch super. Klar war ich super. So, guck mal, das große Bömmchen. Wir wissen natürlich, dass das noch mal extrem mehr Schaden austeilt. Guck mal, zwei. Ich könnte euch jetzt den genauen Schaden erzählen, aber das will ja keiner hören. Und zack, schon wieder kriegen sie was ab davon. Und schon wieder kriegen sie was ab davon. Weil ich ja genau weiß, dass das hier alle 1,5 Sekunden passiert. Matthias. Es gibt auch Wissen. Da kommt noch mal die Riesenbombe. So, ich habe sechs Stück. Pass mal auf. Lauf nicht so dicht da rein. Ich habe fünf. Ja, ja, das ist alles gut. Du hast 19 in AP. Das ist 19 in AP. Und Experten, die nicht wissen, dass da ein Windstoß ausreicht, um dich zu zerstören. Ja, klar. Wenn man sich den Expertenmodus anschmeißt. Guck mal, der eine hieß Banane, 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 Banane. Und der eine hieß Bier. Banane, 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 Coco. Was fehlt jetzt noch? Du weißt es, ne? Der Rage-Mensch. Der Rage-Man. So. Du und Scheiße. Der Rage-Man fehlt. Oh, der Nils ist dem Team beigetreten. Das ist natürlich sehr gut. Oh, hi Nils. Hi. So. Ups. Ich kann ja ganz kurz sagen, was mir noch fehlt. Gewinne sechs Matches mit Dynamike. Ich würde den eigentlich ganz gerne noch mal nehmen. Der hat ganz gut geklappt. Ja, mach doch. Aber nee, das ist Mist. Wir nehmen Tara. Denn wir müssen ja jetzt irgendwen nehmen, wo es nicht klappt. Denn wenn es jetzt wieder gut klappt, dann kann ich mich ja nicht aufregen. Mit Tara, da reg ich mich echt auf. Also, da reg ich mich wirklich auf. So. Ich bin bereit. Über. Ja, ich auch. Dann wird jetzt mal eben noch einen Brawler ausfüllen. Vor lauter Bereitschaft habe ich schon mein Handy weggeschmissen. So. Los geht's. Juwelen ja. Kuckuck. Kann man jetzt hier in Juwelen? Okay, dann geht's los. Fintroll. Fintroll von Vergegner. So. Jetzt bitte, bitte liefert mir, liefert mir was. Könnt ihr mal schneller laufen jetzt hier. Liefert mir was zum, liefert mir was zum, liefert mir was zum, liefert mir was zum Aufregen. Ja, genau. Ja, ich bin schon tot. Ja, oh mein Gott. Ey, lass dich doch nicht vergiften, Alter. Bist du blöd? Ja, das ist... Ja, stirb doch nicht, du dämlicher Penner. Ey, keine Kraftausdruck. Hau rein jetzt, mach doch kaputt. Mach doch einmal Schaden. Ey, die macht echt... Will Schaden macht die Null, ey, wirklich. Die macht schon bald negativen Schaden. Die heilt schon gleich die anderen Leute. Ey, wie viel HP hat die bitte eins? Einmal angeguckt, dann ist es schon... Liegt es schon halt an der Ecke. Komm, bitte. Ey, lass mich doch einmal, wenn ich wenigstens einmal in diesem Spiel mal die Fähigkeit benutzen dürfte, das wäre sehr nett. Ey, wie viel... Ein Fitzelchen Leben hat er noch. Ja, das ist die ganzen Bomben, die in der Mitte liegen, sind aber auch scheiße. Ja, vor allem, der eine Typ hat immer ein HP... Alter, ich habe sofort wirklich getrennt die ganze Zeit. Was ist denn da los? Das ist doch nicht mal extra. Die Olle ist immer noch ein HP, ist die direkt schon kaputt? Weil Fintroll, der cheatet, ey. Was macht der denn? Spielt nicht fair, der Fintroll, wenn du es guckst. Ja, was ist denn hier los am Tick? Ja, das gibt es doch wohl nicht. Ich bin bestimmt schon jetzt sechs, sieben Mal gestorben. Ich kann nichts machen, die jetzt mal stirbt, die Olle. Was ist da los? Oh, das ist einer erledigt immerhin. Du hast den Countdown beendet, Matthias, ey. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja, der mit neun ist fast tot. Der mit neun ist fast tot. Oh, Matthias, der ist kaputt. Nein. Kann ich nicht, weil die immer sofort stirbt. Was soll ich machen? Die sind mal sofort kaputt. Eine Sekunde und die... Ja, also Rupert, jetzt kommt die Bahn noch hierher, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Jetzt kann ich ja nicht drüber laufen. Zwei, eins. Ja, genau. Ey, die Olle, die kann wirklich nix. Ich hasse sie. Das ist wirklich... Die Runde war jetzt aber auch sogar wirklich scheiße. Deswegen hab ich die ja genommen, weil ich genau wusste, dass das nix wird mit dem. Pass mal auf, ich bin auch voll aufgestorben. Jetzt haben wir mal noch eine, wo ich auch weiß, dass das nicht funktionieren wird. Pass mal auf Das wird jetzt glaube ich auch lustig Das wird jetzt auch lustig Jetzt habe ich die Stummschaltung aufgehoben Ja, was will der denn Nils jetzt? Will er schreiben? Können wir anfangen oder was? Ja Nils, alles wartet auf dich Also El Primo, das wird glaube ich jetzt auch noch mal richtig lustig werden El Primo Wegen dieser Bahn Ich glaube, also vor allem jetzt auch nicht so viele Kannst du eigentlich mit El Primo über die Bahn drüberjumpen? Ja, aber nur wenn er die Fähigkeit hat Ja, sonst springt er ja nicht Nein, und jetzt läuft der Jetzt läuft der Affe auch noch direkt in die Bahn rein Ey, meine Fresse Nils, lauf weg, komm Na, ich da reinlaufen Oh, ja Mein Viech kriegt voll schnell die Fähigkeit Ja, meiner nicht Ich bin trotzdem tot Scheißen, Dreck Okay, da habe ich gerade richtig viele kaputt gemacht Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein Ja, genau, endlich mal Endlich mal So El Primo ist am Start Geh zurück, geh zurück, geh zurück, lass mich ruhig machen Ich mache ihn, ich mache ihn, ich mache ihn Und den nächsten Ich lenk, ich lenk die ganze hier oben ab Ich lenk die ganze hier oben ab Bam, 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 bam Lauf einfach zurück Nicht sterben, Nils Nicht sterben, nicht sterben Nicht sterben, Nils Nicht sterben Nicht sterben, Matthias Na, ich bin zurückgerannt Der hat alle fallen Oh, links ist einer Ja, den habe ich mir gerade geholt Aber als El Primo kann ich, darf ich nicht so viele haben Der ist doch ein Nahkämpfer. Jetzt, jetzt, bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück, komm einfach 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 zurück. Ja, ich bin doch für mich. Matthias, ist das andere zurück, nicht das da oben. Und der Typ ist reingelaufen, oh mein Gott, der Trottel. Ja, komm du auch hier zurück. Ich lauf gerade in die Bahn rein, darf ich das nicht? Halte, was ist mit dir los? Komm jetzt. Du Affe, sei ruhig. Komm, wir machen noch, wir machen noch einen, einen, einen extra noch. Als Kirsche obendrauf gibt es noch den Schüchternen. Den, ich kann das sowieso nicht Matthias spiel, pass auf. So, wir machen mal eben noch, äh, bop, 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 bop. Komm, wir nehmen Riko. Machen mal als Modus, äh, Kopfgeldjagd. Oh, Kopfgeldjagd, das ist gut. Was ist los? Das ist doch raus. Matthias sagt, ja, er sagt, gut gespielt. Ich sage, gut gespielt. So, hau rein. Bist du bereit? Nein, sagt er nicht, ich muss los, bist du blöd? die muslimus los kopf auf meiner einkopf ein kopf ab dann hörst du hast du verlierst du wieder ich will nicht dass du verlierst weil du so schlecht bist du bist du bist du bist so schlecht 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 so lustiger auf der seite immer doch gar nichts das willst du von mir ist jetzt aggressive ich krieg die fähigkeit aber auch gar nicht aufgeladen das problem ist hier links auf der seite sind mit dem dynamit ein bisschen ich muss ein bisschen hier weg in schulitäten ein bisschen ich habe den fast gehabt mit dem mit dem dynamit ich habe rechts ein bisschen aber der hatte keine dinge ich bin jetzt versteckt ich bin dank dir bin jetzt komplett aus der rolle gefallen hat hier super ich weiß nicht ob das klappt wenn ich jetzt hier bin ich habe ihn wieder nicht erwischt auch machen ich kann das nicht ich kann dieses spiel einfach gar nicht ich habe ihn schon wieder nicht erwischt habe ich schon wieder nicht getroffen was habe ich ihn schon wieder nicht erwischt habe ich ihn schon jetzt habe ich ihn erwischt habe ich ihn schon wieder erwischt kommen jetzt alle auf den alle auf den drauf kommen ich bin kaputt ich bin kaputt wir legen zurück wieso treffe ich den nicht alle treffen nur ich nicht alle sind gut nur ich bin schlicht ich bin ein ganz schlechter eine ganz schlechte spieler so da bitte links den dps binne welches problem ist ich kriegte nie richtig komplett dauern ja ich habe einen erwischt das reicht nicht wir verlieren wir verlieren leider das war abzusehen aber ich habe noch mal einen geholt ach man ach man das ist ich verliere jedes spiel warum warum verliere ich jedes spiel und ich so schlecht bin und drei wer jetzt gewonnen ja guckte blöde rico guckte ja ich würde sagen bevor jetzt matthias noch durchdreht sind wir am ende von dieser episode was euch gefallen hat lasst gerne eine bewertung da und guckt auch gerne in die beschreibung abonniert den kanal gibt den creator code ein den findet ihr natürlich im shop ganz auf der rechte seite da müsst ihr reingeben mbf und dann bis zum nächsten mal macht's gut thias tschös tschüss tschüss ein